Musik Hallo und herzlich willkommen zurück beim Flughafen Feuerwehr Simulator So, neues Spiel? Nein Jetzt geht's richtig los Ich bin der Thomas von World Gameplay und ja, wir fangen an Das ist der Vorgänger von 2013, den machen wir jetzt im ganzen Let's Play Guten Morgen Männer, ich hoffe ihr seid alle fit für die Schicht Ja, das bin ich Wenn's euch gefällt, macht einen Daumen hoch und ein Abo, würde ich mich auch freuen Und ihr könnt in meinen Kommentar reinschreiben, wie ihr den Vorgänger findet Natürlich besser, natürlich ist der andere besser, nicht der Nachfolger, aber ist auch ein coole Spiel So, zum neuen Kollegen Du nimmst heute das Einsatzfahrzeug Florian 2 Und sobald du das Fahrzeug alles veröffentlicht hast, darfst du auch die Zaunenkontrolle durchführen Oh Gott, das auch noch Oh je In welche Richtung ist überlassen, wichtig ist nur, dass du da 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 Mit F durch und alles Genau Weiter Wenn du die Aufgaben erledigt hast, kommst du zurück zur Wache Danach kannst du dich damit selbstständig beschäftigen Okay Alles klar Jawoll Äh Ja Gut Gut, dann gehen wir mal Juppiduppiduuu Ich habe Florian 2 Hier in diesem Spiel In diesem Game Zack Okay Wartet mal kurz, ich muss die Lautstärke drunter drehen So Okay Nochmal Ist viel zu laut Viel, viel zu laut So So, ein wenig schneller Ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, in welchem Jahr hat das Spiel rausgekommen ist, weiß ich gar nicht mehr Huh Okay, los geht's Jetzt geht's los Na So, los geht's Florian 2 Na, komm Bitte Also das da, okay Oh, Einsatzbefehl, Feuer gemeldet Mama 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 Äh, wo, wo, wo Ähm, ähm, ähm Da Da hinten, oder? Huh Los, 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 los Ich komme Huh Gott Das brennt, oder? Oder irre ich mich jetzt? Hä? Wo denn? Ähm Ähm Hier drinnen? Ah, da Hab schon gesehen Okay F Wie? 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 Sehr gut Das war das Büro Da oben, glaube ich Wo ist das zum Schlafen? Wo ist das zum Schlafen? Nein, vielleicht Ne, das geht nicht auf Ne, das geht nicht auf Äh, wo ist mein Bett? Das da? Nein Wo ist mein Bett? Hilfe! Hä? Hinten, oder wie? Warte mal hinten? So ist das so Gehört deinem Kollegen Da ist es doch Da ist das Bettli Oh man So Geht doch Okay Geh mal wieder Runter, runter, runter Ah, warte mal, warte mal Kommen wir da... Nein Schauen wir mal aus dem Fenster Ah, ein Bus Tor schließen Wo stehe jetzt ich? Wo bin ich denn? Da vorne, oder? Was war das jetzt? Achso, Büro Ha Okay Ah, hier Oh, sorry, sorry, sorry Ich geh schon weg Ich bin ja schon weg Ganz gechillt, ja Sorry Ich hoffe ihr könnt mir verzeihen Hm So Schauen wir mal Was? Im Bereich, was ist hier, wurde unser Brand gemeldet Oh je Okay Okay Und wo? Wo? Da drüben Huh Alles klar, wo ich komme Ich bin gleich stark Also hier kann man den Flughafen nicht betreten Kann man nur bei 2013 Version Ja Ja Okay Okay, hier ist es ja auf Wie ist das denn? Geschafft auch wieder 250 Punkte Ich bin gut Ich bin gut Ich bin einfach gut es ist ja das Nachmittag oh man oh da oben ist ein Hubschrauber guck mal so der gleiche Weg zurück ist da jemand oh Gott okay mal schauen wo die Küche hier ist irgendwo da unten oder ich hoffe was ist das ist das eine Küche oh Gott okay ich kann mich nicht stärken ne ne es geht nur beim anderen okay und was ist da hinten achso die Halle da okay cool da hinten Toiletten ey was machst du verschwende nicht das Wasser ja es gibt eine hohe Rechnung was ist da Büro okay was hat der da offen Porno Seiten ne hm hätte ich gerne mal reingespitzt tch huh der da äh uch da wurde uns ein Brand gemeldet es scheint sich nur um eine kleine Sache zu handeln oder sogar nur um einen Fehlalarm okay bestätigen nehmen wir an dann schauen wir doch mal wo müssen wir hin da hinten oje so weit weg hoh Gott! So, wo ist es denn? So, wo ist es denn? Ah, da! Nur ein Fehlalarm. Okay, 100 Punkte. Schade. Jetzt wird den ganzen Weg umsonst gefahren. Naja, wie immer, ne? Wie immer bei mir. Wie immer. Okay, zurück zur Wache. Schönes Wetter heute. Und ich geh mal tanken. Tanken, tanken. Hallo? Wir tanken. Wie tanke ich jetzt? Hallo? Hä? Feuerlöscher? Hm? Hallo, ich bin tanken. Achso. Falsche Seite, Mann. Falsche Seite, kein Wunder. Okay, keine Zeit. Wohin jetzt? Da hinten. Okay. Und da brennt's schon. Ich seh's schon. Den Rauch. Den Rauch. Pst. Hu. Gottes Willen. Man sollte ja auch die Augen offen halten. Pst. Boah, bloß weg. So. 850. Sehr gut. Cool. Alles klar, Herr Kommissar. Ich fahre zurück. Und zwar zur Wache. Und zwar zur Wache. Abernachie. Und zwar zur Wache. Ich fahrir. Ein gegner. Ich fahrir. Auszunehmin. Einander. Geh rje. Einander. Gute. Die China. Die China. Sonst muss ich nur gucken Ob es jetzt zur Wache geht Ah ok Da ist die Wache Oh Alter So Schauen wir mal Ich versuche jetzt mal wieder hoch zu gehen Zu schlafen Wenn es geht Oh da scheint sogar das Licht reinguckt Cool Kann mir nicht mehr hinlegen Am alten Frachterminal FG wurde ein Brand gemeldet Ok Nehmen wir Wir sind gleich da oder ich bin gleich da Eher wir Weil ihr schaut ja zu Hoffe ich mal Los geht's Da hinten Für Das war's. So, F und löschen. Zack. 1100 Punkte. Sehr gut. Und irgendwann ist die Schicht vorbei. Ich weiß das. Am 8. glaube ich. So, aber jetzt tanken wir. Was sonst bleiben wir irgendwie stehen? Und dann geht gar nichts mehr. So, wir gehen jetzt. Tank. Jawoll Hurra Ich bin wieder voll Cool So dann fahren wir wieder zur Wache zurück Ich bin mal gespannt wie viele Parts ich hier brauche Bis ich hier zum letzten komme Bis zu diesen Panther hier Den ich ja schon bei 2013 gefahren bin Können ja mal aufmachen Gehen da Gehen da Gehen da Geh das Herz auf Gehen da Dann Notarzt Gibt es hier Rettungsdienst Florian 6 Florian 5 Die Drehleiter gibt es gar nicht oder nicht? Okay Hm Okay die Drehleiter gibt es nicht Wurscht Ja wo mache ich dann Feierabend? Ich hoffe an der Stechuhr oder Wo ist die überhaupt Gibt es das überhaupt Gibt es hier eine Stechuhr oder Ist dann automatisch die Schicht vorbei Um Achte Was ist da hinten? Schlauch Schlauch Tester Schlauch Und da hinten Nur Schläuche Okay Ja cool Es wird spannend das Let's Play Das weiß ich jetzt schon So 1100 Punkte Ich bin gespannt wieviel wir brauchen noch Wie viele Punkte brauchen wir noch? Brauchen wir noch? Wie viele Punkte brauchen wir noch? Oh Ähm Passagier Terminal Ein Brand gemeldet Okay Jetzt schon mal richtig Das ist gut Puh Gut Gott Passt drauf Du Soldatsfahrer Er Achem Oh ne, oder? Oh, fuck. Ich benötige noch 400 Punkte. Dann darf ich das Tanklöschfahrzeug benutzen. Okay, speichern. Ähm, neuer Spielstand, genau, speichern. Gut, das war's vom Flughafenfeuersimulator. Bis zum nächsten Part. Tschüss.